Eine sehr nützliche Funktion, die nur sehr wenige kennen, ist die Möglichkeit, bei den neueren Sony-Kameras wie der Sony Alpha 7 III, der Alpha 6400, ein zusätzliches Fokusfeld zu registrieren. Damit kannst du in der Praxis blitzschnell zwischen zwei verschiedenen Einstellungen hin und her wechseln und verpasst so kein Motiv und triffst den perfekten Fokus. Damit du die Einstellungen nutzen kannst, musst du sie zunächst im Menü aktivieren, also Autofokusfeld registrieren auf Einsetzen und natürlich eine Taste programmieren. Dazu aber später mehr. Ich starte mal mit einem Beispiel aus der Praxis. Stell dir vor, du fotografierst ein Event, deine Kamera ist eingestellt auf das große Autofokusfeld und auf AFC, das heißt die Kamera sucht sich selber das Motiv aus und das funktioniert in 80, 90 Prozent der Fälle ja schon super. Jetzt möchtest du aber ein kleines Objekt im Hintergrund scharf stellen und dafür könntest du jetzt jedes Mal das Autofokusfeld wechseln. Genau das kannst du dir sparen, wenn du deine Taste mit der Funktion programmierst. Und so geht's. Du stellst das Autofokusfeld auf die Einstellung, die dir am besten passt, zum Beispiel das kleine Feld links in der Mitte. Jetzt drückst du zwei Sekunden lang die Fn-Taste, das Fokusfeld wird zeregistriert und nun schaltest du zurück auf das große Fokusfeld. Du siehst jetzt das kleine Fokusfeld, was du eben registriert hast, im Sucher immer kurz blinken und wenn du die richtige Taste drückst, wird direkt dort scharf gestellt. Bei der Programmierung der Taste kannst du noch das Verhalten bestimmen. Option Nummer eins ist, du drückst die Taste, nur das Fokusfeld wird gewechselt und du stellst ganz einfach mit dem Auslöser scharf. Option Nummer zwei ist, du wechselst das Fokusfeld und der Autofokus wird sofort aktiviert. Das heißt, du drückst die Taste, die Kamera wechselt das Feld und stellt sofort scharf. Und als dritte Option gibt es die Möglichkeit, dass du zwischen den beiden Fokusmodi wechselst. Das heißt, du drückst einmal die Taste, es springt um auf das kleine Feld, du drückst die Taste wieder, er springt wieder zurück aufs größere Feld. Du siehst eine ganz einfache Funktion, die aber fast niemand kennt und die in der Praxis richtig hilfreich sein kann. Weitere wichtige Tipps findest du hier in der Playlist und wenn du Fragen hast, schau doch einfach in unserer neuen Videoserie Sag mal Lachs vorbei. Und jetzt viel Spaß beim Nachmachen.